Hey Leute, zu einem neuen Video. Heute leider Roblox. Eigentlich wollte ich Minecraft bringen, hatte ich doch keinen Bock. So, heute spielen wir den Pizza Tycoon. Gleich können wir uns auch noch einen eigenen Laden erstellen. Leute, das Spiel ist auf jeden Fall krass. Das ist auf jeden Fall Roblox. Wir werden dann ja uns ein paar Maschinen holen. So, gerade sieht die Map aus. So. Okay, wir haben 1500 Cash. Bam. Hier ist doch. Und das ist ein Ofen. Was ist das hier? Oh, die Soße und Peperoni. Was ist das? Cheese. Tomato. Pizza. Shaper, Eier, das. Okay. Machen wir jetzt auf jeden Fall schon mal geil Cash. So, Leute, wir kaufen uns auf jeden Fall schon mal den Restaurant Boden. Bam. Oh. Dann haben wir hier auch noch was. Oh, das sind die Wände. Kittchen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Geil. Ein Cheese. Können wir uns auch holen. So, jetzt können wir auf jeden Fall schon mal Pizzen verkaufen. Hallo, mein lieber Kunde. Na, möchten Sie eine Käsepizza? Jo, die kommt. So, jetzt nehmen wir unsere Pizza in die Hand und bam. Warte. Bam. Thank you. So können wir auch noch dazu Geld machen. So, was können wir denn hier noch so kaufen, Leute? Okay, Leute, wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen sparen. So, was haben wir denn hier? Das ist doch ein Pad. Oh. Was haben wir hier noch? Uniform. Ne, das lohnt sich nicht. Wir haben noch nicht so viel Geld. So. Wie viel kostet das? 3.500. Allah, ist das teuer. Was geht so, Leute? Wenn ihr mehr Roblox sehen wollt, ihr könnt mal wieder in die Kommentare abstimmen, wenn ich wieder Minecraft bringen soll oder Roblox. Schreibt es mir mal in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. So. Können wir? So. Oh, jetzt habe ich mir so einen Scheiß gekauft. Je, Leute, ich bin ein Arzt. Wuhu. Okay, Leute. Ich finde das Spiel ja nicht ganz lustig. Kurz Unterhaltung. Ähm, falls ihr euch was fragt, also fragt, um wie viel ich gerade aufnehme, ich nehme gerade um halb sieben auf. Hab nämlich gerade noch irgendwie Bock eine Aufnahme für euch raufzuhauen. Eigentlich wolltet ihr heute micro-school. Tut mir leid, diesmal nicht. Hat heute irgendwie keine Lust mehr. Oh, guck mal, ihr könnt auch andere einen Tycoon wählen. Also, sich sowas bauen. Guck mal, hier ist erst ein... Oh, hier ist ein Spieler. Hallo. Alter, was denn? Jetzt stört einen Namen, Alter. Der hat auf jeden Fall keinen guten Namen. So, jetzt holen wir uns auf jeden Fall schon mal die... die nächste Maschine. So, 3500, so. Nochmal 3500. Okay, Leute, da können wir ein bisschen warten. Das Geld braucht jetzt wieder ein bisschen. Gehen wir mal gucken, wegen WP und alles. Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die Mugger findet. Ich mag die. Alter, was gibt's hier alles? Dafür muss ich mir WP holen. Mit Robux. Alter, was gibt's hier? Da finden geile Sachen im Job. So, Leute, wenn ich mal echtes Geld für das Spiel ausgeben soll, schreibt es mir in die Kommentare. Okay. Jetzt haben wir wieder 3500 Money. Geben wir uns mal wieder was kaufen. Bam. Oh, jetzt haben wir jetzt Double. So. Mal gucken, wenn wieder welche am Bestellen sind. Yo, zwei Stück. Also zwei Pizzen, so. Oh, so. So, noch ein. Yeah, thank you, bitte. Bitte, der Pizzamann macht das. Danke für euer Cash. Danke, danke. Leute, wenn ihr mehr Roblox sehen wollt, sagt mir auf jeden Fall Bescheid. Also, ich mag das Spiel. Ich komme teilweise ein bisschen lauter, die Mugge. Oh, das ist schon Maximum. Yo, das ist 100. So. Money, you're in. 4500. 4500. Mann, jetzt ist die Mugge weg, Mann. Mach wieder Mugge. Irgendwie ist gerade was voll langweilig. Ich glaube, wir können nicht die ganze Folge schaffen. Deswegen, irgendwann wird, glaube ich, meine Aufnahme crashen. Deswegen. Bam. Pizza, 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 Cheese. Gib mir mal eine, danke. Da hast du eine. Äh, bitte, Dispenser. Sieben Happy Custons. Ach so. Yo. Das kostet halb also auch richtig viel Money, Leute. Ach, 6000 für so einen Müll. Alter, das wird ja noch alles. Deswegen, deswegen, würde ich mal sagen, das war's vom Video. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare und tschüss.